Hallo meine Lieben, hier habe ich eine große Drei-Zimmer-Wohnung, brutto 120 Quadratmeter im Stadtteil Machmutlar. Die ist sehr interessant, weil sie wirklich schön groß ist. Zwei Toiletten, äh zwei Bäder, Entschuldigung, zwei Balkone und voll ausgestattet in einer ruhigeren Gegend in Machmutlar. Und ihr seht schon, das ist wirklich groß und irgendwie auch schön hell, Licht durchflutet und irgendwie eine gute Aura hat sie. Ich weiß auch nicht warum, aber diese Wohnung, ich glaube ich weiß warum, weil die auch so eine schöne Poolanlage hat, weil sie zwischen Kleinbauern noch ist und das kann sich natürlich ändern in den nächsten Jahren. Und auch der Balkon ist groß, hier haben wir das zweite Klo. Preis ist halt auch interessant, 67.000 Euro. Vor Ort müssen wir den Preis versuchen runter zu handeln mit euch gemeinsam, können wir da bestimmt noch was machen. Inschallah und schaut mal den großen Balkon an und schaut mal die Aussicht an. Die Wohnung befindet sich im vierten Stockwerk, Nebenkosten sind 250 drückische Lira, weil da, äh, das Grundstück ist auch riesig, worauf das Ganze steht. Das ist natürlich, das gehört ja auch euch alles ein Teil mit dazu. Das ist dann natürlich positiv. Also das ist der große Balkon und das ist das zweite Bad. Und hier haben wir den Gangbereich mit der Garderobe und Boden, Fliesen, Arbeiten, ja, hat alles Vor- und Nachteile. Also ich selber tendiere hin zu Parkett, aber gut verlegt, dass das nicht knackt und so. Und so ein Steinboden ist aber natürlich auch interessant, vor allem im Winter ist es schön, äh, im Sommer ist es dann schön kühl. Und es isoliert ja dann nicht. Und hier der Riesenbalkon, das macht natürlich Spaß, ne, so ein Riesenbalkon. Ja, wegen der Ausstattung würde ich es ja nicht empfehlen. Ihr seht ja, Plastikmöbel und auch die anderen Möbel sind nicht so der Hit. Und dann noch ein uralter Fernseher. Ja, aber die Deckungsdruckarbeiten, Küche, alles schön interessant und auch die Größe der Wohnung ist interessant. Ja. Das mit den blauen Fliesen finde ich interessant. Habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen. Mal was anderes. Und jetzt zeige ich euch mal die Poolanlage. Wie ihr seht, also Waschmaschine und Spülmaschine könnten 350 Jahre alt sein. Deswegen, also wegen dem, äh, hätten es auch gar nicht angeben können. Aber was soll es, sollen sie es extra rauchstellen? Nein. Ja, und hier, das meine ich, ne, das ist schon nicht schlecht, ne. Okay, 20 Minuten haben wir es zu Fuß zum Strand, aber schöne Poolanlage. Also wer Kinder hat und so, der, der hat da alles, was er will. Wir haben da, wie ihr seht, auch Spielplatzbereich, äh, Gemeinschaftsgrillbereich und zwischen den Bananenplantagen. Also meine Lieben, wer eine tolle, große drei Zimmer haben möchte, soll sich melden. Vor Ort können wir natürlich runterhandeln. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Objekt. Also langt hier zu, wartet nicht zu lang, langt hier zu und lebt einfach mal selber. Genießt das Leben, schaut, die Aussicht ist super. und dann macht ihr einen Spaziergang zum Strand und einfach mal abschalten und ist echt eine Schweinerei, wenn Leute in Germany ihr Leben lang hart geschuftet haben und dann ihre Rente kriegen und die wird dann doppelt besteuert oder was. Also obwohl es verboten ist, also alles unlogische Sachen, haut ab von unlogischen Ländern. Ja, kommt zu uns, kommt zu uns. Und hier werdet ihr wieder, Mensch. Okay, mein Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video. Ach, was ich noch sagen wollte. Ja, wisst ihr, wenn ich Leute hier rumfahre und alles zeige und so, alles schön und gut und manchmal habe ich halt so spezielle Leute, die halt nur die negativen Sachen sehen, ja. Und ihr wisst ja, ich bin jemand, der niemals sagen würde, wenn es dir nicht passt, gehe wieder, weil das sagen Leute nur, die keine Argumente haben. Sondern ich sage, ja gut, ich will halt dann diskutieren. Weil wenn jemand sagt, das und das passt mir nicht, ist doch gut. Das müssen wir uns anhören, müssen wir gar nichts. Aber bei manchen Sachen haben die Leute ja auch recht, ja. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte sagen, ja genau, ich wollte euch was sagen. Manch einer tut zu viel kritisieren, ob es der Muezzinruf ist, obwohl er weiß, dass es hier halt Muschinen gibt. Ob es der, Kinder lachen zu viel, also irgendwie, manche Leute meckern über alles, ja. Und als Beispiel der Muezzinruf, ja. Jetzt passt auf, jetzt wollte ich euch was sehr Wichtiges sagen. Also, bitte hört zu. Warum willst du hierher? Weil es dir hier besser gefällt, oder? Gut, also es gefällt dir besser. Warum gefällt es dir besser? Ja, wegen dem, wegen dem, wegen dem. Ja, also. Also gefällt es dir hier besser. Ja, in Alania. Ja, und warum gefällt es dir besser? Weil halt hier alles halt etwas anders ist. Und warum ist es anders? Ja, vielleicht wegen dem Muezzinruf. Weil vielleicht die Menschen halt anders drauf sind, ja. Was ich damit sagen will, du kommst hierher und willst alles ändern, ja. Willst alles so haben wie in deiner Heimat, ja. Dann willst du aber wieder wie in deiner Heimat, ja. Dann willst du wie in deiner Heimat. Dann würdest du ja wieder, dann nicht herkommen will. Dann kannst du gleich in deiner Heimat bleiben. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Man kann doch nicht wohin gehen, was einem gefällt. Und aber dann alles so haben wollen wie in deiner Heimat. Das ist doch unlogisch. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ja. Und ich sage euch, es wird ja immer schöner, ja. Und ich bin mir sicher, in ein paar Jahren wird es noch schöner. Noch besser, ja. Also ich bin echt voller Hoffnung und Zuversicht, dass es noch schöner wird. Wenn ich schon sehe hier, wenn du einen Unfall hast und ein Krankenwagen muss kommen, also als türkischer Bürger oder als ICAM-Besitzer, dass es nichts kostet zum Beispiel, ja. Oder Krebsbehandlung kostet nichts, ja. Oder Corona-Behandlungen hier kosten nichts, ja. Das sind doch schöne Sachen, ja. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Und Straßenverkehr, das wird auch besser. Vor Jahren, ich kann mich noch erinnern, da konnte der, der ein teureres Auto hatte, also Mercedes hatte eingebaute Vorfahrt, ja. Und es ist jetzt viel weniger geworden, dass dann einer, so einer sich traut, da irgendwie alle anderen zu über, wie sagt man, die Rechte auf sich zu nehmen, ja. Ja, und ich garantiere euch, ich weiß es wirklich noch, ja. Da konnte einer mit einem Mercedes, hatte eine eingebaute Vorfahrt. Entschuldigung. Und das gibt es nicht mehr. Das ist vorbei. Wenn jetzt einer zum Beispiel sich vorgedrängelt hatte mit dem Auto und an der Ampel dann sich auch noch vor deinem Auto hingestellt hat, dann, und du dann ausgestiegen bist und gemeckert hast, ey, was machst du da? Dann hat er früher, hatte er einfach nur gesagt, halte die Klappe, hock dich wieder hin. Also vor 15 Jahren, vor 10, 15 Jahren, ich habe das selber erlebt, ja. Ich meine, mir konnte es keiner sagen, der hat dann, ne, wenn ich dann aussteige mit meinem bulligen Körper und mit meiner Glatze, da verkriegen sie sich gleich in die inneren Sitze und verstecken sich, ja. Aber ich habe das oft genug bei anderen auch erlebt, ja. Und jetzt ist es scheißegal, was für ein Auto du fährst. Älteres Auto, Rostlaube, billiges Auto und da stellt sich erstens mal keiner mehr so vor dich hin. Und zweitens hast du gleiche Rechte wie der andere. Früher war es wirklich so, Leute, ich schwöre es euch. Und das ist vorbei. Hier darf auch keiner dich irgendwie beschimpfen auf der Straße oder was. Du kannst dir den Typen anzeigen, ja. Du kannst den Typen anzeigen. Hier herrscht wirklich Recht und Ordnung. Und eigentlich sind die Leute auch hier anders und lieb, ja. Was ich in Germany alles erlebt habe, mir kann keiner was sagen, ja. Was erzählst du da für einen Schwachsinn oder so? Mir kann das keiner sagen. Ich habe lang genug in Germany geliebt, okay. und war immer selbstständig. Ich habe einen Computerladen gehabt, ich habe Kaffee, auch Gastronomie habe ich immer mein Leben lang gemacht. Und ich habe auch in der Fabrik auch gearbeitet. Da habe ich mir die Rentnerinnen ein Like getan, also die ja nicht im Rentenalter waren und noch fünf Jahre noch schuften müssen. Die sahen so fertig aus. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Was ist denn das für ein System, wo ältere Damen noch schuften müssen? Und ich sage euch, ich habe grausame Sachen in Germany erlebt. Grausame Sachen, wirklich. Hier undenkbar, dass eine, Anführungsstriche, eine ältere Dame noch am Fließband noch sich abrackern muss. Undenkbar. Undenkbar. Weil wir hier früheres Renteneintrittsalter haben. Ja, da schauen sie schon mal nicht so alt aus. Aber egal, mir egal. Ich will euch nur Wohnungen zeigen und das ist mein Job. Und nebenbei möchte ich auch meinen Gästen, meinen Kunden, meinen Freunden, meinen Auswanderern, unseren neuen Mitbürgern, möchte ich auch die versteckten Schönheiten von dieser Gegend zeigen. Und da fühlt man sich dann richtig als Mensch, wenn man sieht, was Gott uns alles geschenkt hat. Und dann so wunderschöne Plätze, wo die Strände ganz komisch sind und die Natur ganz komisch. Und ach, herrlich, 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 herrlich. Hier, das baut einen auf, das gibt einem Liebe. So, jetzt habe ich wieder viel zu viel gelabert. Also, wer diese Wohnung haben möchte, soll sich melden. Wartet nicht zu lang, langt zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.